Tipp 2 Ich will den Scheiß nicht mehr machen Ich bin praktisch nicht mehr, dass du bist mein persönliches Linn, ich ist erschöpft und es ist super, dass sich die anderen da so durchquälen können und sich die Scheiße über Jahre oder Jahrzehnte gefallen lassen aber ich lasse mich nicht gefangen Ich will den Scheiß nicht mehr Ich hoffe Das ist der Part, wo man dieses eine Mühe, das man fehlt zum Nervenzusammbruch bis, 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 bis Genau Ich will den Scheiß nicht mehr machen 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 Ich will definitiv was dagegen unternehmen Es sei denn in Sicht Aber mit jedem Tag sei zu froh, als würde das Ende weiter mit mir nicht näher kommen Denn äh bei negativen Sachen Zeit ist relativ viel und dann und dann wenn ich die Migros dann und dann dann da und dann vor dann ich Das ist damit einfach nicht. Ich fühle mich besser. Es gibt zu viel. Es gibt zu viele andere Wege, aber ich muss den Weg hier lieber um oder um. Ich muss direkt nur sowas von weg. Und ich muss mich besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020